Hallo zusammen, mein Name ist Eliane Chappi, Schauspielerin, Sängerin und Kinderbuchautorin. Es ist heute der 2. Mai 2013 und ich bin im neuen Schuhgeschäft Oxbladische Wuss. Hier in Zürich verkaufen Sie Schuhe mit Shell Gordo-Wangleder. Und den ganzen Mai werde ich hier meine Produkte verkaufen. Und zwar mein Kinderbuch Stähnchentanz, das es auf Deutsch gibt und auf Englisch. Meine Weihnachts-CD Christmastime und meine buddhistische Zen-CD Plum Village Kid, wo ich Gedichte von Thich Njar Han singe. Ich hoffe, Sie kommen zahlreich vorbei. Hier in Zürich bei Oxblad Schuhe, Europa Allee 19. Vielen Dank! Vielen Dank!